Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Video. Das ist das Video von meinem Bruder. Er hat einen Big Wave gebaut. Sieht anders aus als meiner. Ich habe einen neuen gebaut. So, sag mal was dazu. Wie viele Transporte hat das Ganze? Also es hat ein Transport. Ähm, ja. Ja, es hat ein Transport. Doch, wie man sieht, ist es nicht gerade schön wie meiner. Er hat oben nur ganz kurze LEDs, weil wir nicht mehr so viele hatten, weil die alle weg sind. Weil mein Big Wave oder mein Jumper, der hat am meisten LEDs gebraucht. Das zeige ich euch im nächsten Video über den Kanal von meinem Bruder. Ich habe einen neuen Kanal. Wir zeigen euch dann noch mehr. Das war es dann erstmal. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.